Herzlich Willkommen zu einem neuen FoguFordnet, in diesem Video geht es um die Pumpkanne, die wurde ja in dieser Season, in Season 5 wiedergevortet und ich werde euch in diesem Video erklären, warum sich Epic Games wieder dazu entschieden hat und werde euch dann natürlich noch meine Meinung zum ganzen Thema zeigen. Wenn natürlich in Zukunft keine weiteren solch Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem wünsche ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr auf dem Twitch-Kanal vorbeischaut. Dort bin ich ja zur Zeit immer täglich live, heute auch wieder ab ca. 19.30 Uhr, werden wir wieder ein Road to Champion Live-Stream machen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort natürlich ein Follow da lassen könntet. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit den Gründen, warum Epic Games sich wieder dazu entschieden hat, die Pump zu entfernen. Der Hauptgrund dafür ist, glaube ich, ganz einfach, dass Epic Games immer wieder eine neue Miete haben will, denn insbesondere immer die Casual-Spieler, die immer noch den größten Teil der ganzen Fortnite-Community ausmachen, die wollen eben halt immer ein neues Game haben, denn die werden sehr, sehr schnell gelangweilt davon, wenn sie immer wieder das Gleiche haben. Und deswegen will Epic Games eben halt immer wieder was Neues reinbringen, einfach ein bisschen Abwechslung ins Game reinbringen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum jetzt wieder die Börsen entfernt wurden, dafür wieder die Arcade zurück ist und beispielsweise die andere SMGs wieder drin sind. Das bringt einfach wieder so eine gewisse Durchmischung in die ganze Miete rein, wieder neue Waffen, die die ganzen Spieler spielen können. Und das hält einfach nun mal das Game am Leben. Und deshalb macht Epic Games überhaupt solche Balance-Changes. Und das findet natürlich häufig die Fortnite-Competitive-Community nicht so gut, denn natürlich die Changes jetzt mit der Air und mit SMG sind für die meisten nicht so schlimm, aber gerade dieser Change mit der Pumpgun, dass sie wieder statt der Spaß die Tag und die Charge-Shotgun haben. Das finden die meisten nicht so cool, weil man eben halt einfach nicht so viele Montages insbesondere machen kann. Und man kann natürlich generell nicht so viele High-Kill-Rounds droppen. Die Competitive-Spieler wollen das nun mal, dass man eben halt irgendeine Waffe hat, womit man einfach instant den Gegner killen muss. Ich persönlich muss sagen, ich finde es viel cooler, wenn man einfach nicht dauerhaft zum einen das Gleiche hat, also immer wieder Meta-Changes hat, weil es vor allem auch in die Competitive-Community einfach etwas Neues reinbringt, wenn man immer nicht jede Season immer genau das Gleiche hat, sondern wieder einen neuen Spielstil hat, der sich einfach aus den ganzen Waffen entwickelt, aus den ganzen Items hier drin sind. Beispielsweise das, was wir gesehen hatten mit dem Entfernen vom Launchpad, war wieder eine ganz andere Meta drin. Und das ist einfach super cool zum Zuschauen. Es ist deutlich besser zum Zocken, als wenn wirklich jede einzelne Season genau das Gleiche hat. Und ich glaube, man kann es immer nicht wirklich so machen, dass man eine Pumpgun drin hat, die eben halt relativ balanced ist, weil die eben halt wirklich die 200er-Pumps machen muss. Und man kann eben halt keine andere Waffe einfügen, die dann noch stärker ist, weil die dann maximal overpowered wäre. Man kann ja keine Take-Shotgun reinbringen, die dann auch 200er-Pumps oder so drückt. Und deshalb gibt es immer keine andere Möglichkeit, aus die Pump einfach drin zu lassen. Und da verstehe ich auch wieder die Community nicht, denn die wollten ja auch wieder die Tag-Shotgun zurück, obwohl sie selbst wissen, dass die Tag-Shotgun niemals gespielt wird, solange eine Pumpgun einfach im Game drin ist. Und ich weiß nicht, warum das eben halt wieder viele sich gewünscht haben, weil es einfach klar war, dass wenn eine Tag zurückkommt, eben halt die Pump-Shotgun logischerweise entweder einen krassen Nerf braucht oder eben halt komplett rausgenommen werden muss. Und ich finde natürlich auch selber es richtig cool, mit der Pumpgun zu spielen. Habt ihr sicherlich in den ganzen letzten Videos gesehen mit Starkland. Hat einfach super gebockt, jedes Mal 200er-Pumps und so zu drücken. Das ist einfach mega geil, aber es ist immer genauso geil, auch einfach mit einer Tag zu spielen, wo man häufiger Peace-Control anwenden muss, wo man einfach ein bisschen anders wieder spielen muss, sich an eine ganz andere Meta gewöhnen muss. Und es bringt einfach etwas ganz Neues im Game und es gefällt mir immer dann wirklich deutlich besser. Und schreibt dazu natürlich auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall kaum schlimm, dass ihr immer die Pump entfernt wurde. Das Einzige, was mich wirklich nervt, ist, dass es so ein großes Thema auf den sozialen Medien ist, dass man nur noch auf Twitter den Hashtag Bring-Back-Pump sieht oder eben halt irgendwelche ähnlichen Tweets, wo irgendwelche Leute wieder schreiben, dass die Pump zurückkommen soll. Das ist gefühlt aber der Content heute und gestern eben halt auf Twitter gewesen. Und ich finde das echt sehr, sehr schade, weil es so ein bisschen schlechte Mood einem einfach gibt, wenn man das dauerhaft eben halt lesen muss. Genauso natürlich in YouTube-Kommentaren, im Twitch-Chat sieht man das auch das eine oder andere Mal. Und das finde ich einfach sehr, sehr nervig und das fuckt mich einfach geisteskrank ab. Da Menschen aber einfach dumm sind und so etwas niemals verstehen werden, gibt es eben halt keine Option, wo eben halt alles wieder fein ist und einfach die Leute das mal checken, dass es eben halt einfach geiler ist, wenn man unterschiedliche Metas hat und nicht jeder Season genau das gleiche hat, sondern es eben halt einfach wirklich deutlich besser ist, wenn man Abwechslung im Game hat. Wenn die das mal checken würden und es nicht dauerhaft auf Twitter schreiben würden, dann wäre es glaube ich für jeden fein, wenn eben halt einfach die Pump draußen ist. In der nächsten Season die Pump dann wieder zurückkommt, dafür wieder charged und vielleicht taggevoltet wird oder so. Das ist einfach eben halt immer diese Abwechslung, die deutlich besser ist. Ansonsten gibt es eben nur die Möglichkeit, dass Epic Games die Pump wieder zurückbringt, was natürlich dann wieder dieses ganze Thema mit eben halt den unterschiedlichen Metas wieder kaputt machen würde, denn man hat dann einfach keine unterschiedlichen Meta und das wäre dann eben halt auch nicht so geil und ich glaube auch nicht wirklich, dass sie es eben halt machen werden. Und das gleiche hatten wir schon mal in der Season 9 oder so, wo wir uns aussuchen konnten, als wir im Nexus waren, welche Waffe zurückkommen sollte und ich eben halt schon von Anfang an gesagt habe, dass die Tormigun zu 100%ig gewinnen wird und dass die Tormigun halt zu 100% eben halt overpowered sein wird. und es ist einfach jedes Mal immer so, die Competitive Community, generell die Fortnite Community und generell glaube ich fast alle Menschen auf dieser Welt oder ein sehr, sehr Großteil dieser Welt denkt eben halt immer nur so das, was im ersten Moment vielleicht geil klingt, am Ende aber überhaupt nicht geil ist, weil es genauso war. Die Tormigun war zurück, die Tormigun wurde absolut wieder gehatet, weil sie viel zu overpowered wurde. Er wurde dann ein bisschen genervt, dass hier jemand ganz ein bisschen unter 25 Damage macht, war direkt viel zu schwach und kein Mensch hat ihn mehr gespielt und das war einfach wieder genau das Gleiche, was jetzt immer mit der Pump los ist und ich glaube wirklich, dass das nie Leute verstehen werden und man kann einfach nichts machen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr das Ganze hier verstehen könnt und bitte nicht einfach das Ganze jedes Mal wieder aufs Neue hatet, sondern einfach mal damit versucht zu spielen, einfach an die neue Meta sich zu gewöhnen. Das ist einfach viel, viel geiler, eine viel, viel geilere Community und wer natürlich unter anderen YouTube-Videos auf Twitter solche Kommentare seht, versucht vielleicht meine Meinung hier auch ein bisschen zu verteilen oder schreibt natürlich generell mal eure Meinung zum ganzen Thema in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren und dann hoffe ich, sehen wir uns auch hier im Stream wieder oder morgen im Video wieder. Bis dahin, ciao!